Wie gefällt Ihnen bisher die heutige Veranstaltung hier in der Kappertoldi Rad Golf Lounge in Berlin? Gefällt mir sehr gut. Also einerseits natürlich der Ort ist sehr besonders, die Möglichkeit Golf zu spielen, auch wenn ich glaube viele Teilnehmer bisher noch ein bisschen schüchtern waren. Ich habe mich getraut und habe es bisher auch noch nicht bereut. Und natürlich auch eine sehr interessante Veranstaltung mit sehr interessanten Gästen und jetzt natürlich Höhepunkt auch die Lesung von Herrn Kamina. Auch unglaublich gut, kann es ehrlich sein. Wie nützlich finden Sie denn die angebotenen Services von BankingCheck in Kombination mit Ihrer eigenen Dienstleistung? An sich ist BankingCheck, das Portal, natürlich sehr nützlich. Das sind für viele Menschen, die sich natürlich nicht tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen, welches Konto soll ich nehmen, welcher ist der beste Anbieter, gibt es eine gute Möglichkeit dort zu schauen, okay, wen soll ich da wählen? Und wir sehen halt von unserer Sicht aus, von über Metrix, natürlich auch ein Riesenvorteil für die Banken an sich, die natürlich über BankingCheck erfahren, wirklich eine ehrliche Meinung haben bekommen, was die Kunden denn sagen und wie sie den Service einschätzen. Dann aber auch im Zusammenhang mit über Metrix auch noch erfahren, okay, wie sieht denn wirklich die Außenwahrnehmung unseres Unternehmens aus, über die Kundenmeinung hinaus, die sie direkt bekommen, sondern auch über die Kommunikation, die im Internet stattfindet auf anderen Kanälen, dort dann erfahren, okay, so steht mein Unternehmen da und das kann ich dann in Kombination mit der Bewertung bei BankingCheck auch wirklich gut einschätzen.